Wunderschönen guten Morgen Herzlich Willkommen zu dieser Folge Wir haben Montagmorgen den 21. November Noch vier Wochen Und Ich bin bei mir in der Halle, hab ich gerade umgesattelt Den Vierachser drauf Fahre jetzt hoch auf den Heuberg, Sembach Lade dort einen R934 Und den bringe ich auch rüber nach Weilerbach Wo der 490 steht Das mal zu Anfang, was dann Noch gibt heute Werden wir dann sehen Ja So Getankt, ist doch alles halb voll, das passt Entschuldigung Und dann So Rollen wir los heute Warte schon lang Warte schon lang Vier Wochen Ach du Scheiße Geht noch Geht noch Geht noch Ich kann mir da reichen, wie der halt meint So, halt, brauche ich Den brauche ich Den brauche ich Bommes Brauche ich auch Ach, nee Obgeladen, wieder eine tierische Quälerei hier Tierische Quälerei hier Jetzt haben wir schon 7.45 Uhr Über eine Stunde machst du hier rum Dass du die Löffel und den Kram so liegen hast Dass du sagen kannst Jetzt können wir losfahren Und dann können wir die Löffel Spannend, wie es hier aussieht, was die Jungs hier gerissen haben, wer war denn das? Es gibt Leute, die sind zu nichts fähig. Die ist aber in eine böse Trimpe, die drüber geholt wird hier. Katastrophe. Oh, der Tankwagen ist gerade hier. Was ist das? Oh, da ist er. Oh, da ist er. Oh, da steht da ohne Wasser. Das sehen wir gleich. Steht da ohne Wasser. Alles richtig gemacht. Schöne Sengi gebaut. Alles gut. Hier war es, oder? Der Backe bewegt sich zwar. Werde ich später mal eine Unterbodenwäsche machen. Das ist das ein bisschen, das ist ein bisschen... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da ist er wieder, hat leer Jetzt fahre ich nach Enkebach War der Akku leer, sorry Ich fahre nach Hause jetzt Ich hole den KMC aus der Werkstatt Gehe rüber auf die andere Seite Dann sattel ich wieder um Hänge den Dreiecks da drauf Und fahre dann hoch nach Kietrich Dann gehe ich auf unsere Walze Hier rum Ich fahre nicht mehr zurück Ich helfe mir aber dabei Ja, habe ich jetzt alles gesagt Sorry, ich bin kein bisschen Verdür Der Walze zog Wo der hingeht Ich habe keine Ahnung Ich vermute Nach Hause So Oh Oh WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020